Helmut Erschmidt Ohne Tiefe Das Symbol für Macht in Bezug zu einem Gegenstand hat der Künstler den Hammer gewählt. Macht als Wortlosbegriff aufgeschreit. Die Gedanken, Kunst kann das Schwere leicht machen und das Leichte schwer. Kunst kann schwierige Inhalte beflügeln oder Oberflächlichkeit Gewicht geben. Die blaue Fläche symbolisiert in diesem Zusammenhang, dass diese Prozesse unendlich weitergehen.